Köln Jetzt wird es gewischt, da wird es natürlich wiederhängt sein. Hallo, da setze ich etwas auf euch da hin. So, jetzt stellt ihr euch auf euch hin. Das ist unsere Hanni. Hanni ist 21 Jahre alt, ist die älteste Tochter von der Seite. Von ihr abstand, weil die Hanni hat halt so schon sehr gut zu unterscheiden. Und dann haben wir natürlich neben der Hanni eigentlich, kann man so sagen. Das ist der Winnie, das ist der Chef der Gruppe, mit dem silbernen Arm hier auf der Anlage. Aber trotzdem, weil er das ranghöste Männchen hier auf der Anlage ist, ist er auch der Chef hier. Und ich habe ihn eigentlich noch normalerweise. Sie denken, dass ich so gut arbeiten kann, wenn es so gut ist. Und schon seit wir hier morgen in der Anlage ist, der Anfang, die Räumung, 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020